Die AfD ist vom Verfassungsschutz zu Recht als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden. Die Richter wiesen eine Berufungsklage der AfD ab und bestätigten eine zuvor getroffene Entscheidung des Landgerichts Köln. Damit kann der Verfassungsschutz die AfD als gesamte Partei weiterhin mit Nachrichten dienstlichen Mitteln beobachten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Martin Schmidt in Münster. Wie hat das Gericht denn die Entscheidung begründet? Das Gericht hat klar gesagt, dass genügend tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass es in der AfD Bestrebungen gibt, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Und damit sei es gerechtfertigt, dass der Verfassungsschutz diese Partei auch beobachtet. Das Gericht sagt aber auch, daraus lässt sich nicht automatisch ableiten, dass die Partei auch gesichert rechtsextrem sei. Es gab dieses Bild des Richters, was er gerade in der Urteilsverkündung erzählt hat, nämlich dessen, dass ein Rauchmelder piept in einer Wohnung. Und die Polizei hat trotzdem, sie eigentlich ja nicht einfach Wohnung betreten darf, aber das Recht dann hineinzuschauen und zu gucken, ob dort Gefahr für Leib und Leben besteht. Und es kann sich dann auch herausstellen, dass das nicht der Fall ist, dass das ein Fehlalarm ist. Aber weil eben genügend Anhaltspunkte vorliegen, darf der Verfassungsschutz in dem Fall diesen Rauchmelder, der da piept, auch genauer begutachten. Und die Anhaltspunkte hat das Gericht auch weiter ausgeführt. Also es hat klar gesagt, dass es einen größeren Teil in der AfD gibt, die durchaus gewillt sind, die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund einzuschränken, weil sie sie nicht als Teil eines deutsch-ethnischen Volkes sieht. Das ist ein Punkt. Weiterhin geht es auch gegen die Menschenwürde, weil es an vielen Stellen Äußerungen gegen Minderheiten gibt, beispielsweise gegen Muslime, die nicht nur als reine Meinungsäußerungen zu werten sind, sondern aus denen auch Folgen, politische Folgen abzuleiten wären. Also all das hat das Gericht heute ausführlich ausgeführt. Die AfD hat ja versucht, mit hunderten Anträgen die Gerichtsentscheidung hinaus zu zögern. Ist die Taktik der AfD damit vor Gericht gescheitert? Naja, die AfD hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, dieses Urteil weiter herauszögern zu können, zu schauen, ob man das vielleicht erst in die zweite Jahreshälfte zielt, wenn die Europawahl rum ist, damit man nicht so eine Niederlage hier hinnehmen muss, damit die eigene Erzählung aufrecht bleibt, dass das alles hier vom Verfassungsschutz nur politisch instrumentalisiert sei, dass er nur gegen die Partei vorgehe, weil es die anderen Parteien so wollten. Aber es hat jetzt eben die zweite Instanz schon wieder ein Richter klar gesagt, nein, das geht alles mit rechten Dingen zu. Wir überprüfen das auch. Und deswegen ist hier überhaupt nicht von einer politischen Einflussnahme zu sprechen, sondern das läuft alles rechtmäßig ab. Und genau dieses Urteil wollte die AfD natürlich gerne später haben. Mittlerweile, ehrlicherweise, gibt es aber auch Stimmen in der Partei, die sagen, bei uns ist gerade so viel im Argen, wir haben die Spionageaffäre, die Vorwürfe bei Bestechlichkeit aus Russland, dann können wir vielleicht dieses Urteil jetzt auch schnell hinnehmen und dann haben wir das nicht in Etappen immer verschiedene Dinge. Also insofern gibt es da unterschiedliche Meinungen. Es war aber sehr klar, dass der Richter diese Beweisanträge, diese 470 nicht zugelassen hat und schnell abgelehnt hat. Und damit war klar, dass es dann doch schneller zu einem Urteil kommen würde. Und kann die AfD gegen das Urteil Revision einlegen? Also grundsätzlich ist erstmal eine Revision nicht zugelassen. Was die AfD aber trotzdem machen kann, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, sie kann sich gegen diese Nichtzulassung der Revision beschweren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und die Pressesprecherin hier hat das mit so einem Bild beschrieben. Also wenn die Revision zugelassen worden wäre, dann hätte der Richter sozusagen die Tür weit offen gelassen, für die Partei sich da noch weiter zu beschweren oder da weitere rechtliche Lücken zu finden. Der Richter hat die Tür jetzt nicht verschlossen. Das kann er nämlich gar nicht. Sie ist noch ein Spalt weit offen. Und die AfD kann jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht versuchen, diese Nichtzulassung der Revision zu nutzen, um die Tür wieder ganz aufzumachen. Ob ihr das gelingt und ob sie das will, das muss sie erst noch erklären. Aber gehen wir davon aus, dass die AfD versuchen wird, weiter dagegen vorzugehen. Was bleibt ihr anderes übrig? Und was bedeutet das Urteil denn jetzt in der Praxis? In der Praxis bedeutet das Urteil, dass der Verfassungsschutz die AfD weiter beobachten darf und dass es völlig rechtmäßig ist, dass er dies auch tut. Er darf nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, er darf V-Leute benutzen, um zu überprüfen, ob diese tatsächlichen Anhaltspunkte, die auch der Richter sieht in der Partei, ob sie einen Anlass geben, vielleicht auch die Partei dann als gesichert rechtsextrem einzustufen. Und das ist so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, ob der Verfassungsschutz, der die Partei ja jetzt schon seit einiger Zeit beobachtet, ob er vielleicht dazu kommt und das in den nächsten Monaten auch vorhat. Aber der Richter hat eben klar gesagt, sein Urteil, aus diesem Urteil lässt sich nicht ableiten, ob eine Hochstufung, also die Gesamtpartei, als rechtsextremistisch einzustufen, ob das dann genauso Erfolg haben wird vor dem Gericht. Das sei ein völlig neues Verfahren, bei dem auch andere Maßstäbe angelegt werden müssten. Das hat der Richter hier klargestellt. Laufen da entsprechende Anträge im Hintergrund, und ob die Partei vielleicht auch in Zukunft als rechtsextremistisch eingestuft werden kann? Naja, von Anträgen würde ich da nicht sprechen. Der Verfassungsschutz prüft. Und wenn man eine Verdachtsfalleinstufung vornimmt, dann ist es ja das Ziel dieser Beobachtung, die der Verfassungsschutz jetzt macht, herauszufinden, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht. Wir haben das Bild mit dem Rauchmelder ja gehört. Also, wir gehen da jetzt rein und gucken, piept das zurecht oder ist das nur ein Fehlalarm? Und natürlich kann man auch nicht unbegrenzt sagen, wir haben diesen Verdacht und wir machen das über Jahre. Irgendwann muss der Verfassungsschutz natürlich dann auch sagen, wir haben genügend Anhaltspunkte gefunden, um diesen Verdacht und sehen diesen Verdacht bestätigt oder nicht. Und da ist die Frage, wann es zu diesem Punkt kommen könnte. Tatsächlich waren die Andeutungen, die auch der Präsident des Verfassungsschutzes erhalten, in den letzten Jahren gegeben hat, schon im vergangenen Jahr beispielsweise nach dem Parteitag der AfD, wo sie Europawahlliste aufgestellt haben. Die waren so deutlich, dass er eigentlich immer klar zu verstehen gegeben hat, wir haben den Verdacht, das hat er vor Jahren schon gesagt und im vergangenen Jahr hat er eigentlich immer wieder gesagt, er sieht, dass sich das verhärtet und im Zweifel weiter zuspitzt, extremer wird. Das lässt schon darauf schließen, dass der Verfassungsschutz eigentlich langfristig doch diese gesichert rechtsextremistische Einstufung vornehmen könnte. Aber das hat er noch nicht getan, das müssen wir abwarten. Und wie sieht es mit einem Parteienverbot aus? Auch da hört man ja immer wieder politische Stimmen, die das fordern. Hat die Entscheidung des OVG denn darauf Einfluss? Also es ist ein völlig anderes Verfahren. Wir reden ja darüber, was der Verfassungsschutz tut und was er sieht und was er feststellt und welche Einstufung er dann vornimmt. Ein Parteienverbot, das müssten Bundestag, Bundesrat, das müssten andere Institutionen einleiten. Und da wäre wahrscheinlich schon wesentlich, dass der Verfassungsschutz vorher einmal sagt, dass sich der Verdacht so erhärtet hat, dass die Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistisch gilt. Das wäre zumindest meine Einschätzung, dass die Parteien vorher keinen Schritt gehen werden, bevor der Verfassungsschutz dies nicht tut, der ja die lange Materialsammlung anstellt, der diese Beobachtungsmöglichkeiten hat und damit ja im Zweifel auch mehr weiß als die Parteien. Also ich denke, dass das jetzt keine direkte Folge sein wird. Aber natürlich wird die Diskussion wieder lauter werden. Denn die Partei hat erneut von einem Richter klar gesagt bekommen, dass es erhebliche Anhaltspunkte dafür gibt, die tatsächlich da sind, dass es verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD gibt. Danke nach Münster für diese Einschätzung. Martin Schmidt.